Es war im Sommer 2010. Alle nannten mich Püppi. Irgendwie hat mir das gefallen. Es war bevor Apple sein neues Handy auf den Markt gebracht hat, bevor Spanien Weltmeister wurde und als ich nicht abwarten konnte, mir chinesische Schriftzeichen auf den Arsch tätowieren zu lassen. Das war der Sommer, in dem ich dachte, dass ich nie einen Jungen finden würde, der so cool ist wie mein Papa. Es war der Sommer, den wir auf Malle verbracht haben. Genauer gesagt im Club Magic Live, so all inclusive und so. Hey, wer bist du denn? Du siehst voll geil aus, Mann. Hey, laber mich nicht voll, Mann. Ich weiß das. Opfer. Hast du Lust zu tanzen? Mann, verpiss dich. Boah, ist das eine blöde Ziege, ey. Hey, was zahlst du, wenn ich mit dir tanze? Was? Was du zahlst? Hör mal zu, wenn ich dir was sage. Hey, ich geb dir ein Bier aus. Trink ich nicht. Und K.O. Trink ich nicht. Zombie. Trink ich nicht. K.O. K.O. Trink ich nicht. Heißen Grock mit Chitrone. Dä, trink ich nicht. K.O. Light. Nein, trink ich nicht. A.S.C. 40. Ja, okay, geht in Ordnung. Gut, Püppi. Dann ab an die Bar. Wie nennst du mich? Püppi, und jetzt komm. Wolla, ist das noch wahr. Der beste Hit-Mix mit der meisten Musik und den Super-Hits aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern und den besten von heute und morgen und übermorgen. Und jetzt noch mehr davon. Jetzt hörst du Hey auf Radio 200, dem Sender mit den Super-Hits am laufenden Band. Ey, du kannst voll so gut küssen, Alter. Ja, Mann. Ey, sitz mal das Cap ab. Das nervt. Mann, dann mach du an deiner Musik. Klingt voll schwul, das Lied. Ey, du klingst schwul, Mann. Deine Mutter klingt schwul. Ey, hast du was gegen meine Mutter gesagt? Voila. Oh, halt's mau, Mann. Küss mich. Ja, Mann. Ist voll süß. So, das muss reichen. Jetzt gleich weiter auf Radio 200. Dem Sender, wo die Lieder nur zur Hit ausgespielt werden. Radio 200. Schnell und direkt. Radio 200. Der beste Hit-Mix mit der meisten Musik und den Super-Hits aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern und den besten von heute und morgen und übermorgen. Und jetzt noch mehr davon. Jetzt hörst du die Damba von Tante Wanda. Wir alle Verliebten auf Radio 200. Ey, ich hab voll Lust auf Tanzen und so. Tanzen? Ja, Mann. Steck mal aus dem Auto aus. Kannst du tanzen? Nein, Mann. Ja, zeig ich dir. Ey, pass auf. Ey, nicht so schwuffenmäßig. Guck mal, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Boah, du nervst, Alter. Ja, willst du lernen oder nicht, Mann? Streng mich mal ein bisschen an für mich. Ich bin eine Frau, die erobert werden will, Mann. Hey, Püppi, wo willst du denn hin? Wir sehen uns morgen, Robby. Ronny, ich heiße Ronny. Ist doch egal, Mann. Wir sehen uns morgen. Ich muss jetzt nach Hause. Mein Vater macht sonst wieder voll Stress, Mann. Okay. Kuss, meine Püppi. Ich spröne mich voll auf morgen. Oh, das war doch etwas für Wodka im Eistee. Puh. Also, dafür war das Geld. Ich war doch nur Disco, Mann. Ich verlange von dir, dass du dich in Zukunft nicht mehr mit diesen Leuten abgibst. Boah, nur weil du mein Vater bist. Was ich dir gesagt habe und ich wünsche keine weitere Diskussion. Deine Mutter braucht nichts davon zu wissen. Ich geh jetzt wieder ins Bett und wisch dir endlich das Zeug aus dem Gesicht. Das ist ja eklig. Was denn? Was meint der? Ih, das ist voll der Puppel, Mann. Boah, das ist ja voll eklig. Wo kommt der denn her? Das ist ja bestimmt Robbys Puppel oder was? Boah, dieses Opfer, Mann. Boah, wer nervt jetzt, Mann. Ah, von Robby. Äh, hier Dings. Äh, Ronny. Schlaf gut, Püppi. Bist voll scharf. Denk grad an dich beim Einschlafen. Boah, das ist süß, Mann. Der ist voll so romantisch-mäßig. Boah, das ist ein Fisch. Kellermans, we come together singing all as one. We have shared another season's talent, play and fun. Join hands and hearts and voices. Voices, hearts and hands. And kill the men's love. Test eins, zwei. Hey, mein Name ist Ronny. Schwieriges Versagen hier. Ich bin voll verliebt und so. Und jetzt mache ich Dings, äh, hier, Liebesbeweis. Wie im Fernsehen, beim Mitten entleben. Äh, Charin Böttcher. Hiermit frage ich dich vor all den Leuten. Willst du mit mir gehen? Bist du behindert? Was soll die Scheiße? Hey, Charin, sei nicht so. Du willst es doch auch. Pass auf. I've been meaning to tell you. I've got this feeling that bones subsides. I look at you and I fantasize. You're mine tonight. Now I've got you in. Das war wohl der verrückteste Sommer meines Lebens. Ob ich mit Robby heute noch zusammen bin, das erfährst du in der nächsten Geschichte. Und bis dahin Hoffnung nicht verlieren und auf keinen Fall Kalorien zählen. Okay, Mann? Das war wohl der ganze Zeit für mich. In der Zeit, апlade Gelächter. Und bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020